Das wird wahrscheinlich das wertvollste Video, was du jemals gesehen hast. Ihr wisst ja bereits, dass der Sommer gerade auf dem Weg ist, dass wir jetzt mittlerweile sehr schönes Wetter bekommen und jedes Jahr haben viele Menschen immer wieder dasselbe Thema und sie haben es bisher noch nicht gelöst. Und das sind Allergien. Allergien jeglicher Art und Weise, die jeder im Sommer hat und auch im Winter oder vielleicht auch gegen Tiere und die meisten kriegen es einfach nicht hin, dass sie die Allergien komplett gelöst bekommen. Und du bekommst jetzt die Lösung und zwar gibt es eine Technik, die dazu führt, deine Allergie an dem Kern, der in dir schlummert, zu verändern, so dass du diese Allergie nicht mehr in deinem Leben haben wirst. Ist das geil oder geil? Ich habe ungefähr 35 Jahre meines Lebens eine Allergie gehabt, die jetzt innerhalb vor anderthalb Jahren einfach so verschwunden ist, indem ich diese Methode gemacht habe. Wenn du wissen willst, wie diese Methode geht oder wenn du sie nutzen möchtest, dann schick in die Kommentare Allergie rein und like und vergiss nicht, mir zu folgen, um nichts mehr zu verpassen.